Für all jene, die sich 250 Euro verdienen möchten, bei uns mitzumachen, bei unserem Ach-Was-Quiz, entweder anrufen 01080 229 1245 oder aber über unsere App bewerben auf der Homepage adbf.de finden Sie da die entsprechende Bewerbung. Heute, muss ich mal gucken, ja, sind wir auch in der Küche, nämlich beim Thema optimale Temperatur fürs Frittierfett. Und Patrick und Annelie machen sich an die Sache ran. Hallo allerseits, heute habe ich mal so richtig Hunger auf Junkfood und deshalb mache ich mir heute Fritten. Fritteuse habe ich auch schon ausgepackt und mit hochwertigem Pflanzenöl gefüllt. Nur leider kann man gar nicht feststellen, wann das Fett heiß genug ist, um die Pommes reinzugeben. Dafür habe ich aber einen Trick. Und zwar kann man zum Prüfen einen Holzlöffel nehmen. Nee, also mit einem Holzlöffel klappt es garantiert nicht, die Fetttemperatur zu prüfen. Um zu sehen, ob das Fett die richtige Temperatur hat, benutzt man am besten eine Gabel. Frau Grill aus Worringen, ich grüße Sie. Hallo. Sie haben sich übers Netz beworben bei uns, das funktioniert also auch. Mitspielen, der Spielmodus ist der gleiche. Sie müssen mir sagen, wer hat denn von den beiden recht, Annelie oder Patrick mit dem Frittierfett? Ich würde auf Amelie tippen. Sie würden auf Annelie tippen. Frittieren Sie selber manchmal zu Hause? Selten. Ich muss ehrlich zugeben, das ist eine Geschichte, da habe ich null Ahnung davon, habe auch keine Fritteuse zu Hause. Gucken wir mal, wenn Sie richtig liegen und Annelie auch recht hat, dann gibt es 250 Euro. Bitte schön. Ich kenne mich aus. Um festzustellen, ob das Frittierfett oder Öl heiß genug ist, muss man einfach nur den Holzstiel eines Kochlöffels in das flüssige Fett halten. Die richtige Temperatur ist erreicht, wenn sich an dem Holz kleine Bläschen bilden und nach oben steigen. Denn dann hat das Fett eine Temperatur von etwa 170 Grad Celsius und ist somit optimal zum Frittieren. Frau Grill, herzlichen Glückwunsch, 250 Euro. Sie haben es richtig gemacht, Annelie hat es uns erklärt, haben wir alle was davon. Das ist cool. Dankeschön, super. Danke auch und liebe Grüße, schönen Nachmittag Ihnen noch. Tschüss. Danke Ihnen, falls bis.